hallo und willkommen auf meinem kanal heute gibt es mal ein ganz kurzes video in dem ich einfach nur einen kleinen knuffigen trail vorstelle den ich ganz besonders toll finde ich wünsche viel spaß so hier geht es jetzt auch erstmal wieder in den wald es gibt ein kleines stück was man hier toll fahren kann das tolle ist selbst wenn es hier regnet sind die wege doch recht trocken und somit kann man hier zu jeder jahreszeit fahren meine letzten aufnahmen waren noch im schnee der ist jetzt aber endgültig weg auch wenn die temperaturen teilweise noch eisig sind so und an dieser wurzel kann man dann links oder rechts runter springen und da nehme ich euch jetzt mit so das war es schon kurzer prozess hier geht es aber noch weiter der trail ist ein paar hundert meter lang geht auch bergrunter und bergauf hier ist ein kleiner hüpper auf diesem stück kann man auch wieder ganz toll kondition trainieren im eco fahren runter schalten um leichter pedalieren zu können ich bin hier aber jetzt nicht um kondition zu fahren sondern um spaß zu haben das war es schon wieder und bevor ich raus fahre aus diesem trail sage ich noch den vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal euer harte ist die klein das war es schon wieder und das war es schon wieder ich habe mich auf den die die Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020